Mündelheim TV, Online-Fernsehen für Mündelheim. Mündelheim, 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 Mündelheim am Rhein. Mündelheim TV, Nachrichten aus unserem Dorf. Ich weiß nicht, wie es euch erging in 2011. Auf jeden Fall war wieder viel los. Gutes und Schlechtes auf der ganzen Welt. 2012, neues Jahr, neues Glück. Ich habe gleich drei bedeutende Personen für unsere Neujahrsansprache gewinnen können. Fangen wir mit Rainer Kaspers an. Er ist Pfarrer der Evangelischen Auferstehungsgemeinde im Duisburger Süden. Hören wir ihm genau zu. Liebe Mündelheimer Bürgerinnen und Bürger, ich bin vor kurzem gefragt worden, was ich mir denn für den Duisburger Süden für das Jahr 2012 wünsche. Das sind drei Dinge, die miteinander zu tun haben. Zuerst einmal wünsche ich mir, dass wir auf beiden Augen gut sehen, insbesondere auf dem rechten. Denn wenn uns das die Geschichte lehrt, ist, dass wir da genau hingucken müssen, wo Extremismus ist. Das Zweite, was ich mir wünsche, ist, dass wir in einer Stadt, die unter Haushaltssicherung steht, vielleicht auch mit Hilfe von Land und Bund, mehr in Bildung und Jugendarbeit investieren. Denn jeder Euro, der da investiert wird, der ist ein Euro, der etwas dagegen tut, dass sich Intoleranz und Extremismus bei uns durchsetzen können. Und wenn das bei uns stattfindet, in Mündelheim zum Beispiel, mit vielen guten Projekten, die ich mir vorstellen kann, dann wäre das eine tolle Sache. Und das Dritte, was ich mir wünsche, ist, dass möglichst viele junge Familien nach Mündelheim ziehen, weil sie sagen, da lässt sich toll leben. Da gibt es ein tolles Angebot, und da fühle ich mich wohl. Da sind die Generationen, die miteinander leben und feiern. Und da möchte ich einfach wohnen. Das wäre eine schöne Sache. Und im Grunde haben alle drei Dinge miteinander zu tun. Und wenn Sie sich fragen, was könnte denn mein Beitrag dazu sein, dann möchte ich Ihnen die Jahreslosung mitgeben für das Jahr 2012. Die heißt, Jesus Christus spricht, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Schon ein Kind kann die Welt verändern. Sie können das auch, zum Beispiel, indem Sie die Vereine vor Ort unterstützen und mit uns allen zusammen ein gutes Jahr 2012 gestalten. Ich wünsche Ihnen eine glückliche und gesegnete Weihnachtszeit und kommen Sie gut in das Jahr 2012. Herr Klugermann, unser Rainer Kaspers, seit September 2008 ist er bei uns hier in der Evangelischen Pfarrgemeinde und er hat schon einiges umgesetzt. Wir kommen zum nächsten Sprecher für die Neujahrsansprache. Es spricht der Pastor Rolf Schragmann. Liebe Mündelheimerinnen und Mündelheimer, zwischen den Jahren nennen einige Menschen die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Das alte Jahr ist fast abgelaufen. Das neue hat noch nicht begonnen. Es scheint so, als würde die Zeit für ein paar Tage stillstehen. Da ist es vielleicht auch gut, einmal Rückschau zu halten, vielleicht auch Gott für das vergangene Jahr zu danken. Das fällt leicht, wenn wir auf das schauen, was uns das vergangene Jahr an Gutem gebracht hat. Viel schwerer zu danken fällt es uns, wenn im vergangenen Jahr Ereignisse auf einen zugekommen sind, die Wunden hinterlassen haben. Wenn allzu früh ein vertrauter Mensch aus dem Leben gerissen wurde. Wenn gesundheitliche Probleme das eigene Leben oder Menschen aus der Familie schwer beeinträchtigen oder vieles andere. Niemand weiß, was das kommende Jahr uns bringen wird. Wir hoffen und wünschen natürlich viel Gutes. Es tut aber auch gut zu wissen, dass einer mit uns geht, der selbst das menschliche Leben von allen Seiten kennt. Der menschgewordene Gott, dessen Geburt wir in den letzten Tagen gefeiert haben. Er möge Sie alle und Ihre Familien segnen und Sie in der Zukunft beschützen. So wünsche ich Ihnen, allen und Ihren Familien, ein gutes und gesegnetes Jahr 2012. Seit zwei Jahren ist der katholische Pastor Rolf Schragmann bei uns hier in der Kirchengemeinde und er hat die Mündelheimer Herzen schon gewinnen können. Wir kommen zur dritten Person für die Neujahrsansprache. Es ist der erste Vorsitzende des Bürgervereins Duisburg-Mündelheim, Klaus-Dieter Drechsler. Hallo liebe Mündelheimerinnen und Mündelheimer. Ein herzliches Hallo auch an diejenigen, die uns und unserem Ort wohlgesonnen sind. Bei meinem ganz persönlichen Blick auf das Jahr 2011 komme ich wie schon in den letzten Vorjahren auch immer wieder zu dem Schluss, das Leben in Mündelheim ist lebenswert, bunt und vielfältig. Es kommt natürlich nicht von ungefähr. Dazu bedarf es vieler aktiver, hauptamtlicher und ehrenamtlicher, die sich in ihren Institutionen, Gruppen und Vereinen für unsere Dorfgemeinschaft engagieren. Ihnen gilt mein besonderer Dank, verbunden gleichzeitig mit der Bitte, dass Sie in Ihren Anstrengungen auch in 2012 nicht nachlassen. Ihnen allen lege ich noch einmal ans Herz, nutzen Sie die vielfältigen Gelegenheiten auch im nächsten Jahr. Begegnen Sie bei den vielen Aktivitäten und Aktionen, die die Aktiven auf die Beine stellen, Ihren Freunden, Nachbarn und Mitbürgern. Auch so tragen Sie zum Erhalt einer intakten Gemeinschaft bei. Für den Silvesterabend wünsche ich Ihnen eine fröhliche Feier und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Für 2012, dass Sie gesund bleiben und dass der eine oder andere Ihrer Wünsche in Erfüllung geht. In diesem Sinne ein gutes neues Jahr. Bis bald. Also ich fand, das waren drei wunderbare Neujahrsansprachen. Für 2011 mache ich jetzt erstmal die Kerzen aus. Und für 2012 wünsche ich Ihnen persönlich beste Gesundheit. Machen Sie vielleicht hier auf der Internetseite einen netten Gästebucheintrag für die anderen. Und wenn Sie die Möglichkeit haben, finanziell oder aktiv unterstützen Sie uns bei unseren Arbeiten des Bürgervereins Mündelheims. Mündelheim TV Online Fernsehen für Mündelheim. Mündelheim 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 am Rhein Mündelheim TV Nachrichten aus unserem Dorf. Mündelheim 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 Mündelheim